So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich wie ihr jetzt gleich seht, ich suche eine Vorratslieferung, ist eine mindest ungewöhnliche Aufgabe, nämlich wir sollen ja schließe mindestens ungewöhnliche Aufträge ab. Und zwar habe ich jetzt zwei von fünf, aber ihr seht schon, ich habe hier noch eine Aufgabe erledigt, habe hier noch eine Aufgabe erledigt und da eine. Aber wenn ihr die Aufgabe habt, ihr könnt natürlich auch hier die blauen Aufgaben oder auch hier die lilanen erledigen, wenn ihr noch welche habt. Aber auch die legendäre Liederaufgabe zählt eigentlich, die ihr abschließt, aber ihr bekommt das nicht in der laufenden Runde angezeigt, dass ihr die Aufgabe abgeschlossen habt, sondern erst, wenn ihr rausgeht aus der Aufgabe, ist ein bisschen verbuggt, seitdem das Neymar-Spielchen quasi da ist, also seitdem Neymar im Shop, im Shop, sage ich schon, im Spiel ist, ist das leicht verbuggt. Geht einfach dann aus der Runde raus, wenn ihr meint, ihr habt die Aufgaben erledigt, also die Anzahl der Aufgaben und ihr werdet wahrscheinlich, so wie ich jetzt sehen, dass einfach die nächste Aufgabe anfängt. Ich kann euch, es ist halt einfach komisch, aber es ist nun mal einfach so. Also wundert euch nicht da, macht die Aufgaben, geht dann raus und dann zählt das Ganze auch. Ihr braucht also keine Angst haben, dass das Ganze nicht zählt und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Geht rein!